Was du jetzt ein bisschen kacke findest, ist, dass man Wallhaze nicht angezeigt bekommt. Ich hab weiterhin nur die normale Haze-Aroben drin, nix mit Timer irgendwie. Hast du nicht an den Füßen auch so'n roten Kreis? Den seh ich meistens nicht, weil ich durch so eine Armada von Spectrous Rowblades laufe, weißt du, ich seh' da so schlecht, aber es geht einfach nicht. Fuck, was hätten denn die für Bails in das Lab geworfen? 70 Live, 2 34, äh, 2 43er Rest. Holy. Ist doch nicht los, den Abfall. Geh, guck mal. Klarissa freut sich. Guck mal, ich hab's gebraucht. Oh, kratz. Das ist für mich doch auch gelabelt, oder? Oh ne, Anger ist erst 19. Soll ich, 40 GCPs. Ja, ich muss ein paar in Power Level kurz scrollen. Oh, mein ist bald fertig. Wenn wir nur ein paar machen, dann hab ich meinen auf Level 3, dann kann ich da nicht ein Wallhawk draufschmeißen. So, nehmen wir mal bei Pocket 21 aus. Ich hab' kalt mir. Ich hab' kein Wettbewerb. 4 Rot, 6 Rot ist auch ne schwere Color Combo anfallen, kriegst du es selber. Das ist die Strecke Dex, ja. Ah, das erklärt einiges. Jetzt musst du ja nicht zwingend die Axt nehmen, um noch hier mit Level 1 zu waffen. Vielleicht nehme ich jetzt die Axt nehmen. Das andere wäre doch uncool. Okay. 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 Jetzt kurz Pause. Und dann rein. Ich glaub Lobby macht ja gerade was mit seinen Gams Achso, dann würdest du auch schnell rauchen dann Jo Ja und Pocket wollte eine rauchen und wenigstens hat er alles gerade ganz gut gemacht, jetzt ist er nämlich in Pause Naja, muss ich den Leuten nochmal sagen Achso Ich versteh nicht, ohne Scheiße nehmen, weil ich will keine Kohle haben Ich meine, ich verkaufe jeden Scheißer der 19 Gams für 5 Euro, das ist ja nicht mal 20 Maps oder was da brauchst du für 19 Dir fehlt ein Empower Ich hab einen genommen Kannst ihn gerne haben, wenn ihm selber lehnt jetzt So, ne, dann mach ich dann da noch einen Green Gun, noch einen Graze oder so Oder einen Enhance kann ich machen, wenn da eins was hinter ist Ähm, lass mal sehen Ich hab noch gewartet Ich hab noch eins hier, oh, das ist sogar fast Level 2 schon Ja, tust du mal rein, wenn es Graze ist, oder tust du mal rein, dass du ihn rausnehmen kannst Jo, was ist denn ein Kirlus? Ne, wir haben kurz Pause gemacht Ne, wir haben kurz Pause gemacht Ne, ich weiß auch nicht Es gibt glaube ich kein Spell da Mithalten Womit Womit? Womit? Mit dem Speed Achso Ich hab mir jetzt auch keine Ahnung Also vielleicht Code-Snap mit, äh, Rummi raus Oh, generell Code-Snap Das Ding ist, du brauchst halt Instant Travel-Time Climblass müsste halt chargen, Crash and Escape kommt nicht an, Precision Impulse kommt wahrscheinlich auch nicht an, alles was Projektile ist, ja, Arc könnte halt gehen. Ich weiß nicht, bis wohin man das patschen kann, also der Typ ist auf 25.000 in einem Fall Link, ohne Ratchet Fire. Das Problem ist, dass du da irgendwann 25.000 auf Max-Lightning stehen hast, das könnte dann wehtun. Ich habe überlegt, vielleicht mal Stormcrawl? Hm, die brauchen auch bis sie runterkommen, oder? Ja, das könnte ich schnell. Ja, aber weil das hier halt auch übertrieben ist, da sind 3 oder 4 Spectres drin, die sonst alleine in der 6-Mann-Gruppe problemlos carryen, sogar mit einem guten Speed. Also, das ist ja auch nicht gedacht. Also, hey, da kann auch kein Standing mehr mithalten, das ist völlig, keine Ahnung. Wenn jedes Blade aus dem Screen einen White Mob one-shottet, teilweise Magix halb one-shottet und davon ungefähr 50 Woffenscreens sind mindestens. Das ist ein schwarzer Klauch unter dir. Sieht lustig aus. Ja, ich finde das Ding sieht besser aus, so. Wesentlich. Da ich es gesehen habe, wollte ich es haben. Deathsault ist auch cool. Also, wie gesagt, ich fand Arc ziemlich cool. Ich hätte es auch gespielt, muss ich sagen, weil der Style mir gefällt, auch so die Coverage. Oh, Woundscreen. Cool. Aber, das Reflect ist halt echt ein Issue. Was willst du denn machen? Du kommst halt nur auf 90 Light Rest, oder? Kommt noch? Also, du musst halt Deathsault spielen, mindestens. Du musst halt Deathsault spielen, mindestens. Croc and Blood. Ja. Hinter uns ist noch so ein Rare Charger, der One-Shot-Potential hat. Weil du lachst. Jetzt sind die mich da mal so, dass ich halt mal weg war. Das ist okay, Harry. Boah, was ist denn das? Das könnten wir aber echt mal probieren, oder? Ich glaube, das testet sich mal. Du fliegst weg, kannst du das direkt reinmachen. Und den Speed kriegst du genauso über Decker und Burning Blends. Du klatschst einen Fünftling rein, mit dem Power. Vielleicht hab ich ja eh nur Spell-Damage-Nords. Nur so K-Speed, ohnehin. Oh, da verkauft einer so eine Necro-Map. Sollen wir die kaufen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Willst du mal fragen? Mhm. Tüten wir als Zwecks dafür, oder so. Hast du die mit den 10.000% Bonus-XP? Ähm, ja. Oder ein Red Bee. Ah, Red Bee gar nicht. Red Bee gar nicht. So, ich bin gleich wieder in Grip-Range. Ja, ich auch. Wo ist denn jetzt Box? Warte. Box Hunter kommt. Box Hunter will jetzt nicht zu dient. Mit einem Ambusher. Re-Ambusher, Re-Ambusher. Kann ich nicht noch die Z-Z-Bergen? Wenn ich nicht noch die Z-Z-Bergen jemanden... Oh, da wird euch gleich. Uiih, schickst du. Ich werde ihm einfach noch kurz sehen. ja da muss jemand mitnehmen, ich bin grad nicht drüben kann ich? also ich kann sie nicht aufheben, wir haben jetzt dran oh das ist ein Box hey da ist die Stormbox 21er Grace? ja ich musste gar keinmal drauf, oder? mach auch ob du das in Hans nicht ge-gcp hast, dann... streamt sie? das ist eine Toidi-Box, das ist verpackt ne, sie streamt ach so, Temporal Chains ok alles für mich was oh, ein Mirror alter ah, es ist auf Mirror to Mirror is a lie es droppt einer per hunderttausend Play-Sessions mhm wir haben noch eine Zollung das ist eine Zollung das ist eine Zollung und die Zollung das ist eine Zollung Be careful. 156% gründet hier, Kellen. Ja, aus dem 75er neue Map kann man nochmal testen, oder? Ja. Ich bin ja mal gespannt, wie viel EPL was gibt.